Hallo und herzlich willkommen zu diesem Informations- und Teamrecruiting-Video. Die meisten von euch bekommen es ja sicherlich mit, das Conquest wird von Jahr zu Jahr größer und größer. Wir haben mittlerweile mehr als 5000 Teilnehmer auf der Veranstaltung, über 60 Händler, eine ganze Reihe an Lieferanten und viele, viele Helfer aus Verbänden und Vereinen aus der Umgebung Landesbergen und Brokeloh. Also, um diesem Wachstum gerecht zu werden, vergrößern wir natürlich jährlich unser Team. Falls du dir also schon immer mal gedacht hast, hey, beim Conquest-Team würde ich gerne mitmachen, dann hör dir doch oder schau dir doch besser dieses Video jetzt mal an. Weitere Informationen zu dem Team und den Jobs, die es bei uns gibt, findest du auf der Homepage im Team-Bereich. Da ist die WeWantYou-Seite, da sind die Jobbeschreibungen und die Möglichkeit, sich anzumelden. So, wen suchen wir jetzt genau? Zum einen brauchen wir immer Unterstützung im Plot-Bereich. Das heißt, über das ganze Jahr hinweg werden die Plots geschrieben. Das heißt, wir brauchen da Plot-Autoren, die durch neue Ideen das bestehende Team ergänzen, Plots schreiben, andere Plots bewerten auf Kreativität, Durchsetzbarkeit, an Shows mitarbeiten, die NSC-Völker bearbeiten, neu entwickeln, die ganze Kampagne vorantreiben, den Hintergrund bearbeiten. Wenn du da mitmachen möchtest, solltest du ein gewisses Maß an Kreativität haben und das ganze Jahr über Zeit ab und an einfach dabei zu sein und deinen Beitrag zu leisten. Weiterhin, und das stellt dann tatsächlich den größten Teil unseres Teams dar, brauchen wir natürlich Spielleiter. Wir veranstalten ja schließlich ein Live-Rollenspiel. Die Spielleiter kümmern sich um, wie der Name so schön sagt, das Spiel an sich. Sie sind für die Umsetzung der Plots verantwortlich. Sie stehen in Schlachten mit in den Schlachtreihen und sorgen für Sicherheit und hoffentlich auch für Fairness. Dann sind sie die Ansprechpartner Nummer eins für alle Teilnehmer. Sie übernehmen die Lagerorganisation, Check-in, Check-out Prozesse und stehen dem Teilnehmer einfach für alle Arten von Fragen zur Verfügung. Wenn du Spielleiter machen möchtest, solltest du über 18 Jahre alt sein, Plot- und Regelkundig, wobei man das sich kurz vor der Veranstaltung aneignen kann, indem man einfach das Plotbuch und das Regelwerk mal liest. Und selbstverständlich solltest du Spaß daran haben, zu spielleiten und vor allem mit Menschen umzugehen. Ein weiterer Punkt oder ein weiterer Bereich, in dem wir immer Leute brauchen können, ist der Fundus. Im Fundus geht es darum, die Festrollen-NSCs, hauptsächlich aber die Springer-NSCs, mit Equipment auszurüsten und auf die vielseitigen Einsätze, die sie pro Tag haben, vorzubereiten. Um im Fundus-Team mitzumachen, ist es nötig, mindestens ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung vor Ort zu sein, um den Fundus kennenzulernen, zu wissen, was haben wir denn da überhaupt für Kostüme, für Masken, um sich darin zurechtzufinden und dann eben schnell auf Anfragen unserer Spielleiter nach bestimmten NSCs reagieren zu können. Weiterhin relativ eng mit dem Fundus verknüpft ist der Bereich Maske und Schminke. Da suchen wir Leute, die eine Ausbildung in diesem Bereich haben oder in diesem Bereich tätig sind. Zumindest wäre das für ein Vorteil, ist aber nicht zwingend nötig. Die Aufgaben von dem Bereich Maske und Schminke liegen auch ganz klar darin, die Festrollen-NSCs und die Springer-NSCs auf die Auftritte vorzubereiten. Das geht beim Schminken los, über Hairstyling, Anbringen von Latex-Applikationen oder ganzen Masken. Und auch in diesem Bereich ist natürlich Kreativität gefordert. Zu guter Letzt suchen wir dann noch für einen der wohl härtesten Bereiche für Conquest Neulinge, Freiwillige und zwar für die Runner. Das sind unsere heimlichen Helden der Veranstaltung und das organisatorische Fundament. Runner helfen an allen Enden mit, wo sie können. Sie helfen der Orga beim Anreise- und Abreisetag, bei Check-in- und Check-out-Prozessen am Parkplatz mit. Sie bauen Infrastruktur und Plotbauten auf und ab, reparieren Dinge, helfen der Technik, sorgen in der Schlacht für weitere Sicherheit. Das heißt, sie sammeln die Pfeile ein, also bringen Gefahrenpotenzial aus der Schlacht und versorgen auch unsere NSCs mit Wasser zum Beispiel. Also von allem etwas, ein harter Job, aber man bekommt sehr viel mit von der Veranstaltung, ist in allen Bereichen unterwegs und bekommt wirklich sehr viele Facetten mit. So, ich habe euch jetzt einiges über die Jobs erzählt, die ihr bei uns im Conquest Team machen könnt. Jetzt muss ich allerdings auch noch eine Warnung aussprechen. Die Veranstaltung hat mittlerweile eine Größe erreicht, die sie zu etwas ganz Besonderem macht, aber dadurch auch unglaubliche Herausforderungen nicht nur an die Teilnehmer, sondern eben auch an das Team stellt. Jedes Teammitglied sollte deshalb in der Lage sein, zu jeder Zeit seine Aufgabe zu erfüllen und seinen Beitrag zu leisten. Das heißt, ihr werdet bei Wind und Wetter im Gelände unterwegs sein, ihr werdet wenig schlafen und ja, ihr werdet sehr viel Stress haben. Natürlich auch Spaß, aber auch sehr viel Stress. Das heißt, wenn ihr diese Aufgaben nicht erledigen könnt oder glaubt, ihr seid dem Ganzen nicht gewachsen, dann fallt ihr aus und eure Teamkollegen müssen eure Arbeit mit übernehmen und früher oder später wird das nicht mehr möglich sein, was für Stress im Team sorgt, was für größere Erschöpfung sorgt und darunter leidet natürlich auch die Teilnehmerbetreuung. Das heißt, möchtet ihr nur Spaß haben, dann kauft euch doch am besten eine Spielerkarte und kommt auf das Konquest. Denkt ihr, ihr seid in der Lage auch diesen Stress mit in Kauf zu nehmen, neben dem ganzen Spaß, dann meldet euch an. Ja, jetzt denkt ihr euch sicherlich, jetzt erzählt dieser Typ von Life Adventure hier gemütlich in seinem Sessel sitzend, es gibt unglaublich viel Stress, ich muss bei Wind und Wetter draußen sein. Aber was habe ich eigentlich davon, wenn ich im Konquest-Team mitmache? Zum einen bekommt ihr eins der begehrten Team-T-Shirts, ihr bekommt die hochgehandelten Teampässe. Wir stellen Unterkunft, Verpflegung, Reisekostenzuschuss, ihr bekommt weitere Goodies, Arbeitsmaterialien für alle Funkgerät-Fetischisten unter euch. Ihr bekommt Zugang zu unserem Kollektiv und während des ganzen Jahres habt ihr Zugang zu unserer Team-Seite und unserem Team-Forum, in dem nur die Team-Mitglieder miteinander kommunizieren können, sich besser kennenlernen, wenn ihr das möchtet. Weiterhin gibt es Rundmails, News auf den Team-Seiten und dem Team-Forum und einen Newsletter, um ständig informiert zu sein. Dann gibt es ein Plot-Wiki, in dem der aktuell entstehende Plot mitgelesen werden kann und eventuell sogar daran mitgearbeitet werden kann, wenn ihr das möchtet. Weiterhin bieten wir euch zwei Team-Partys im Jahr. Eine davon findet bereits auf der Veranstaltung statt, nämlich Sonntagabend, wenn die meisten der Teilnehmer bereits nach Hause gefahren sind. Die zweite ist dann mitten im Conquest-Jahr, also so Januar, Februar. Eine Möglichkeit, dem Team Danke zu sagen und gemeinsam zu feiern. Seit 2007 haben wir dann das Jenseits der Siegel, unser AmbienteCon, das wird dem einen oder anderen von euch sicherlich auch was sagen. Da haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass Team-Mitglieder Städter NSC-Rollen übernehmen und das erfreut sich großer Beliebtheit bei uns im Team. Das heißt, zusammen mit den Kollegen, mit denen man auf Conquest arbeitet, auf JTS Spaß haben.